ein wunderschön und herzlich willkommen zu malstrom letztes mal haben wir relativ gut ein bisschen cash bekommen kopf gegen das mikro fängt gut an konnten hier ein bisschen was aufwerten und 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 ich werde jetzt nicht lange schnacken sondern wir fangen direkt mit der suche an kommen auch schon rein das ist sehr schön ich werde natürlich wieder die ganzen wartezeiten und 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 skippen weil das doch relativ lange zum teil dauert wie gesagt wenn ihr bock hat mal ein paar runden zusammen zu spielen schickt mir irgendwie euren euren namen damit ich dann weiß wie ich euch über steam adden kann oder sonst bei mir halt alternativ glückspilz lp einfach mal freundschaftsanfrage schicken dann können wir da ein paar runden bestimmt zusammen machen hätte ich auf jeden fall bock drauf ich weiß nicht genau wie das geht überhaupt ob man sich überhaupt schon in einem team zusammentun kann da ist jetzt so ein kleines gubbelschiff hinter mir ist scheiße so jetzt bin ich hinter ihm ich möchte da eigentlich gar nicht ich will hier eigentlich ein bisschen rammen genau damit wir hier so die sachen ein bisschen aufsammeln können und ein bisschen was an kohle kriegen die die uns fehlt scheiße da hätte ich auf die lebenspunkte gehen müssen habe ich vergessen fuck 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 falsche waffe drin komm her ich mach dich langsamer und einmal die waffe nach außen oh der ist wendig der hat mich zerschossen fuck da war ich ein bisschen drauf verharrt ihn nochmal im nachkampf zu kriegen habe ich leider nicht geschafft oh das ist ärgerlich ah gucken wir mal ganz so schlecht haben wir uns glaube ich nicht geschlagen ah rang 9 ist ok wir fangen ja auch gerade erst an ja geil direkt den ersten auseinander genommen in der neuen runde da hinten liegt noch ein bounty ähm ich glaube da eiern wir mal langsam durch wir brauchen kohle 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 damit wir uns upgraden können und uns ein paar mehr sachen holen können natürlich da wird doch noch gekämpft oh das ist ein großes schiff ich glaube ich glaube da können wir wenig gegen tun jo der nimmt uns auseinander ich will eigentlich nur hier bounty kram wieder einsammeln da gibt es nämlich noch ein schild jo läuft mal ein bisschen langsamer machen das stört ihn ein bisschen auch nicht jetzt richtig ne aber so ein bisschen schon oh schon wieder so ein riesenteil ey oh verpiss dich oh ich bin gesandwiched ich bin hier zwischen den gegnern hallo hilfe die sind viel zu groß nix getroffen bounty tschiii verpisst euch die nehmen mich hier echt gut auseinander ne ich eier mal hier hinten hin vielleicht gibt es hier irgendwie so ein paar Schiffe die ein bisschen kleiner sind mit denen ich mich auch anlegen kann ey oh jetzt da verfolgt mich noch irgendeiner Junge verpisst dich ich werd hier alter boah wieso sind die so krass ey das ist ja echt mal heftig also die machen echt so viel Schaden ich weiß jetzt gar nicht welchen Rang wir haben aber ich glaube besser als gerade waren wir definitiv nicht nee oh Gott ist ja schon peinlich so gucken wir mal wie dieser Kampf so weiter läuft ich hab ja mal das andere Schiff geholt ähm also das untere das eher tankigere von den Schiffen die es da so gibt upsah ah da ist Kollege Schmalspur der hat genau das gleiche vor wie ich oh 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 ein Zwergenschiff da hab ich grad irgendwie wenig Lust dass der mich fett von der Seite erwischt und außerdem muss ich auf die Lebenspunkte bei denen gehen ne der Rest ist nicht gut so ich konnte auch vorne raus ankern müssen wir mal schauen ey ich bin da echt gespannt wie das hier läuft ich hab das Gefühl ich werd hier wieder in den Mangel genommen ja ja ich werd definitiv wieder in den Mangel genommen versuchen wir von ihm die Crew ein bisschen zu dezimieren und wieder frontal und wieder frontal gibt's auch begoschen ich krieg die Zwergendinge einfach nicht kaputt ne ok ich zieh mich mal hier eben weg das gibt hier wirklich mega auf die Schnauze wollte ich sagen hat sich erledigt hahaha ok der Kampf geht weiter hier äh ich muss aufs andere wechseln au ne das werd ich da werd ich in den Mangel genommen ich versuch direkt seiner Crew Schaden zu machen aber ich komm gar nicht mehr vorwärts hier warding ich werde festgehalten mhm die nehmen mich jetzt natürlich fies in den Mangel ne boah junge 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 shit ich hab nicht getroffen ich wollte ihn entern ja keine Chance keine Chance wenn man die ganze Zeit so verfolgt wird und in den Mangel genommen wird hast du keine Chance wenn einer an dir dranhängt der ein bisschen sein Schiff aufgewertet hat im Gegensatz zu mir kommst du nicht weg ok okay wir sind hier irgendwie direkt am am Sog gespawnt prinzipiell eigentlich gar nicht schlimm man kommt hier nur irgendwie nicht so richtig voran ne gegen die Strömung ist scheiße ok vielleicht kriegen wir den Kleinen hier oh 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 so shit ich hab die Anker ich hab die Ankerhaken wieder ausgesehen nach vorne ausgeworfen oh 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 ohhh So, mal Schild wegnehmen. Auf die Lebensenergie switchen. Und wegramm. Puh. Plusrüstung. Hier vorne liegt noch Bounty. Da sammle ich einen. Wir haben die letzten Runden so wenig Kohle gekriegt. Das geht ja auf keine Kuhhaut. So, mal schön in aller Ruhe einsammeln. Oh nein, 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 nein. Oh shit. Voll Idiot. Okay, alles klar. Den konnten wir richtig gut zerlegen. Angriffskraft dazu gekriegt. Scheiße, die anderen Kisten kriege ich nicht. Oh, hier liegen noch welche. Mal ein bisschen einsammeln gehen. Wir brauchen... Da hängt irgendwas mir im Nacken. Da hängt mir irgendwas im Nacken. Ui, 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 Gott. Irgendwas hat auf jeden Fall gerade auf mich geschossen. Also ein paar Schiffe sind hier auf jeden Fall kaputt, ne? Oh, da. Da ist Techtelmechtel. Ich will nur die Kohle haben. Einfach nur die Kohle. Was macht der denn hier? Okay, dann gehen wir auf seine Crew. Ich glaube, ich müsste eher bei ihm die Panzerung kaputt kriegen, ne? Ich glaube, die Crew kriege ich so gar nicht kaputt. Also diese Ork-Schiffe, die halten halt, nachdem die Panzerung weg ist, halten die fast nichts mehr aus, ne? Okay, komm her. Bumm, da ist er weg. Hm, wo sind denn jetzt die anderen? Also hier ist jetzt gerade... Die Runde läuft echt stark. Die läuft richtig gut. Der Bereich wird immer kleiner. Uuuups, ist er, ist er. Hallo? Da hinten schwimmt noch... Aua, aua. So, ich habe meine Crew verstärkt. Oh, jetzt nehmen die mich hier in den Mangel, ey. Okay. Boah, ne. Ne, 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 Freundchen. In den Mangel nehmen, finde ich mal gar nicht so cool. Oh, da liegen noch Kisten. Und der Kollege Schmalspur da hinten will abhauen. Sag, dann ist der fix, du! Was geht denn bei dem ab? Wieso ist denn der so sauschnell? Mal gegen die Strömung. Der rast ja richtig, ey. Ich glaube, ich mache das vor... Ich habe das vorhin mal falsch gemacht. Immer außerhalb dieser Gegend, die Kämpfe suchen, ist echt scheiße. Oh, Bounties. Ist jetzt gerade ein bisschen eher so Phishing-Simulator, was hier so abgeht. Von der Action her. Oh ja, den habe ich aber richtig eingegeben. Weil der rast ja einfach nur über die Map. Und sammelt Loot ein. Ich meine, kann man machen. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde den Kampf viel witziger. Da hinten ist noch ein Schiff. Dann können wir hier durch die Schneise durch. Wir konnten ihn ein bisschen von der Mobilität eingrenzen. Oh ja, oh ja. Das ist das mit den Lebenspunkten, was ich meinte. Komm, dreh dich in den Wind. Okay, wir versuchen den jetzt von innen quasi zu zerstören. Und das sieht gut aus. Das sah gut aus. Mal eben auf der Stelle drehen. Der hatte viel dabei. Der hatte viel dabei. Da hinten ist noch was passiert. Wir gehen weiter auf die Suche. Es sind nur noch drei Spieler übrig. Ich gehöre zu den letzten dreien. Wie geil ist das denn bitte? Also ich sag's mal so. In der Mitte ist nachher die Party, ne? Oh, zwei. Kollege und ich. Hier. Ein bisschen flug der Karibik Style. Komm, nehmen wir mit. Dann können wir hier raus. Da kommt er. Boah. Junge, was geht denn bei dem ab? Hast du gesehen, wie der am Rasen war? Der ist viel zu schnell. Cheatet der? Was soll ich jetzt machen hier, Freundchen? Du bist so schnell. Ich komm da gar nicht hinterher. Freak. Guck das mal an. Was ist das denn für einer? Das ist doch nicht normal. Ein bisschen kann ich ihn treffen, aber mehr geht halt nicht, ne? Okay, ich kann, glaube ich, nur über seine Crew gehen. Äh, wenn wir hier... Wenn wir hier eins gegen eins kämpfen, den Kampf hab ich verloren. Uups, Giddy. Ich komm hier nicht mehr raus. Siehst du, so ein bisschen Crew-Schaden können wir dem machen, aber mehr auch nicht, ey. Was ein Freak. Wie, wird... Wie, da steht nur noch zwei Spieler, aber da hinten ist einer aufgetaucht. Boah. Das ist echt mal ein langer Kampf hier. Den werd ich aber auch verlieren. Also da, da werd ich... Ich werd gleich drauf gehen. Der ist so schnell. Ne. Da komm ich leider nicht mehr weg. Die sagen, ich soll abhauen. Hier sind Monster. Oh. Da hinten. Da schwimmt eins. Alter. Verpiss dich. Okay, das war's. Pff. Schade. Schade, 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 schade. Krass. Also das ist, äh... Der andere ist schnell gewesen, aber so richtig schnell. Ein Bounty haben wir gekriegt. Sehr geil. Rang 2. Geile Kiste. 4400. Also das war ne Runde, die hat sich gelohnt. Eigentlich find ich dieses Schiff ganz cool. Ähm. Was? Huch. Was willst du denn jetzt von mir? Heck. Der Koch. Okay. Äh. Comeback Flagstration minus 13%. Captain Ability Cooler minus 11%. Ah, cool. Unser erster, erster, ähm... Hier, äh... Bootsmann. Oh, das gibt richtig Cash. Das gibt richtig Cash. Hier können wir jetzt den ersten Typen einstellen, ne? Zack. Rein. Bumm. Ich weiß jetzt nicht, soll ich dieses Schiff nehmen oder das kleine Schnelle? Also der war ja gerade so sackschnell. Wann krieg ich den hier? Die muss ich alle freischalten, ne? Ah, Satan. Der war so schnell. Das war, glaub ich, ein Menschenschiff, ne? Wer war das? Der hier, ne? Boah, ich hab jetzt grad mal hier geguckt, ne? Dieses Schiff, dieses große von den Menschen, das hat mich ja immer so auseinandergenommen. Guck dir mal die Kanonenkraft an. Junge. Also das ist echt heftig, ne? Also, dass die Klassen sich so krass unterscheiden, find ich heftig. Ich hab jetzt grad wirklich überlegt, ob ich mir mal dieses Menschenschiff hole. Dieses kleine Schnelle. Aber da kann ich ja irgendwie nie die Kämpfer so richtig eingehen, ne? Okay, Kampf geht los. Kampf startet direkt, ähm... Ich glaub, ich fahr mal direkt wieder in die Mitte, oder? Hier so über den Strom. Kawumm. Schön Schwung reingeholt. Nächsten Kollegen weg. Ah, das Ramm ist geil, ne? Ich mein, das Ramm ist, glaub ich, ein bisschen... Oh, 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 hinter uns ist so ein Zwergending. Da hab ich grad keine Lust drauf zu kämpfen. Fahr schneller! 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 Da hinten liegen noch Bounties. Die möchte ich eigentlich wohl gerne einsammeln, ne? So ein bisschen Kohle ist immer ganz cool, ne? Wir haben grad so viel gekriegt. Oh, Junge, was geht hier ab, ey? Was geht hier ab? Ich werd hier total gesandwiched. Oh, ich häng hier an dem... An dem Riff fest. Boah, Junge! Boah, das werd ich nicht lange überleben. Aber hier geht die Action, ey. Hier geht die Party. Angeentert. Okay, komm, drauf, 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 drauf. Hau drauf, hau drauf, Schiff! Junge, mach ihn fertig! Ah, jetzt werd ich... Au, 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 au. Au, 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 au. Äh, verpisst euch, bitte. Oh, shit! Puh! Das war ein krasser Kampf. Also da mit diesem Panzerschiff dabei, heftig, heftig, heftig. Ich würd sagen, wir sind am Ende einer Runde Malstrom angekommen. Wenn's euch Spaß gemacht hat, zuzugucken, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne was in die Kommentare und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste! Bis dahin.